Seit Generationen ein Begriff ist das Eppinger Audi, Skoda und VW Autohaus Preusch. Pünktlich zur Advents- und Weihnachtszeit ist dort die neue Passat-Modellreihe eingetroffen. Außen wie innen macht die achte Generation des Erfolgsmodells eine gute Figur, genau wie weitere Wolfsburger Verkaufsschlager, die ebenfalls vor Ort begutachtet und probegefahren werden können. Weiterhin setzt das Autohaus Preusch seit jeher auf ein umfangreiches Serviceangebot. Von Ersatzteilen über Originalzubehör bis hin zu neu gebraucht und Mietwagen findet sich alles vor Ort. Wenn es besonders schnell gehen soll, kümmert sich beim Express-Service ein kompetenter Mitarbeiter sofort um ihr Fahrzeug. Und kompetente Beratung ist sowieso jederzeit selbstverständlich. Autohaus Preusch – seit Generationen ein Begriff. Weitere Geschenkideen gibt's unter Fehlt dir was? Dem Top-Thema zur Weihnachtszeit auf eppingen.org Musik